Hallo und herzlich willkommen bei uns im Bauhaus-Workshop. Die Kathi und ich, wir wollen heute mal richtig Tatsachen schaffen. Wir bauen heute einen Plattenweg. Also Liam, du weißt, gute Planung wird meistens mit Erfolg gekrönt. Also worauf müssen wir eigentlich achten? Als allererstes, welche Steine nehmen wir? Wie sieht unser Verlegemuster aus? Und wie doll wollen wir unseren Weg belasten? In unserem Fall sollte schon eine vollgepackte Schubkarre hier rüberfahren können. Das stimmt. Oder mein Motorrad. Oder dein Motorrad. Ja, mit mir drauf. Mit dir drauf. Das ist schon was. Dann kommen wir mit einem verdichteten Unterbau und so einem 5 cm Splittbett gut hin, oder? Ja, da kommen wir ganz gut hin. Na dann, lass loslegen. Ja. Ihr solltet natürlich darauf achten, dass ihr das Werkzeug, was ihr braucht, auch habt. In diesem Fall ist es nichts Besonderes bis auf die Rüttelplatte und die könnt ihr euch ausleihen. Wenn ihr keine zweite Kante habt, dann braucht ihr natürlich einen kleinen Stützfuß aus Beton und dafür braucht ihr natürlich das entsprechende Werkzeug. Bevor ihr richtig loslegt, solltet ihr überprüfen, ob euer Material vollständig ist. Habe ich genug Betonrecycling, habe ich den Splitter und genügend Platten, um den Weg zu verlegen. Bevor wir überhaupt den ersten Spatenstich setzen, müssen wir erstmal eine saubere Planung machen. Wir wollen jetzt erstmal die Breite und die Länge von unserem Plattenweg abstecken. Bitte bedenkt dran, dass ihr noch 15 cm mehr einplant für den Stützfuß später. Wir haben ja laut Plan 80 cm, also auf 95. Und dann würde hier die erste Markierung reinkommen. Also 15 cm hier von der Kante. Und jetzt würde ich das Ende markieren. Der Weg ist jetzt markiert. Jetzt tragen wir ca. 25 cm Mutterboden ab. Das ist eine ganz schöne Arbeit. Ja, ganz schön viele Wurzeln, oder? Ja, und ganz schön viel Sand auch. Ja. Aber weißt du was, ich habe was vorbereitet. Damit wir uns nicht völlig kaputt machen. Spielzeug. Ja. Mit dem Ausschachten sind wir jetzt fertig. Jetzt müssen wir die Grube nur noch befüllen und dann können wir unseren Weg verlegen. Wir brauchen einen verdichteten Unterbau für die Stabilität unseres Weges. Unser Unterbau besteht aus 15 bis 20 cm Baurecycling. Dieser wird mit einer Rüttelplatte verdichtet. Dieser sorgt für Stabilität, Frostschutz und Wasserdurchlässigkeit. Dann sind wir ja hier richtig nachhaltig unterwegs. Ja. Ich glaube, hier ist schon fast okay. Das Material für den Unterbau ist drin und jetzt wird verdichtet. So, Liam, ich messe nochmal nach. Ich glaube, 9 cm brauchten wir, ne? Ganz genau. Ach man, haben wir schon wieder gut hingekriegt. Auf einen Zentimeter. Echt? Dann kann ich jetzt schon mal den Splitt holen. Zum Verlegen unserer Steine brauchen wir jetzt einfach nur noch unser Verlegebett. Dazu nehmen wir am besten hier diesen Pflaster-Splitt. Einfach die Grube 15 mm aufheben. Na, der wird. Sieht aber auch irgendwie nett aus. Oder? Als nächstes müssen wir nur noch den Splitt abziehen. So, guck mal, jetzt hier die Wasserbarke drauf. Und dann sehen wir, das ist schon perfekt ausgerichtet. Und wenn wir jetzt den Splitt abziehen, wird der 100% gerade. Das ist wichtig zu erwähnen, dass ihr das Brett auch gerade haltet, ne? So, jetzt kommen endlich die Steine ins Spiel. Bevor wir sie verlegen, müssten wir uns auch über das Verlegemuster im Klaren sein. Dazu könnt ihr euch gerne hier im Plan machen. Und dann ergibt sich natürlich auch die Materialliste. Also, wie viele Steine benötigen wir überhaupt. Und Sinn und Zweck der Sache ist, dass wir auch so wenig davon schneiden müssen. Das Splittbett ist glatt abgezogen. Jetzt können wir anfangen, die Steine zu verlegen. Man kann sie mit dem Gummihammer später noch ein bisschen korrigieren, falls das Fugenbild oder die Höhe nicht ganz stimmt. Allegebett? Genau, dann haben wir hier noch eine Flucht mit dem Dünweg. Genau, ich gebe sie dir hier ran. Guck mal, okay. Du hast es dir falsch erzählt. Das ist gut, kein Problem. Passt das? Gibt es natürlich jetzt hier Plan zu machen? Tief schnell. Genau. Gut. Sag mal, Liam, das ging jetzt richtig fix, oder? Ja, das stimmt. Wir sind auch schon beim letzten Stein. Und... Der Gehweg soll ja dieselbe Höhe haben wie unsere Rasenkante hier. Das überprüfe ich nochmal mit der Wasserwaage. Sollte es nicht der Fall sein, nehme ich den Gummihammer. Also könnt auch gerne mal Handschuhe ausziehen und mal über die Fugen gleiten und so. Und dann nehme ich den Gummihammer und kann so kleine Unhebheiten einfach noch ausgleichen, wenn das nicht in Waage sein sollte. Also wirklich mit leichten Schlägen hier arbeiten, dass es nicht zu weit in das Verlegebett reinrutscht. Unser Weg hat ja auf der einen Seite schon eine Kante. Und damit sich unsere Steine nicht bewegen, bauen wir hier noch einen kleinen Stützfuß aus Beton. Ich gehe jetzt hier so seitlich mit der Kelle rein, damit ich nicht zu viel Splitt von dem Stein wegnehme, dass der nachsackt. Und dann kann ich das hier richtig schön wegnehmen. Dass es dann ungefähr zwei Zentimeter, zwei bis drei Zentimeter unter der Kante ist. Wir nehmen den Splitt weg bis zum Betonrecycling, weil auf dem Splitt würde der Beton für den Stützfuß nicht halten. Ich finde, der Steinweg ist richtig gut geworden. Und besonders gefällt mir der Kontrast zwischen dem Holzweg und dem Stein. Ja, Kathi, das finde ich auch. Und am Ende ist es ja relativ flott gewesen, oder? Ja. Wenn euch unser kleines Video gefallen hat, liken bitte nicht vergessen. Ja, oder wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, dann schreibt es unten ins Kommentarfeld. Ganz genau. Bis zum nächsten Mal im Bauhaus Workshop. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.